Ja, Leute, letztes Mal haben wir ja ein bisschen Hello Guest angeschaut und ich hab keine Ahnung gehabt, was ich hier wirklich machen muss, aber es ist ja nicht so schlimm, denn... Wir sind ja immer noch hier in dem Shop und ich werde jetzt einfach mal ein bisschen was einkaufen. Wie das da? Du kaufst mir das nicht weg. Und das geht wieder. Ah ja, löscht. Da waren doch irgendwo Seile. Wo waren die Seile? Das ist eine alte Batterie. So wie eine Batterie. Nein! Ach da. 230, ach was soll der Geiz? Zack! Und jetzt fliehen wir einfach, weißt du? Wir fliehen und zahlen natürlich trotzdem. Ah lol, okay. Da hab ich das hier. And we're back. Sehr schön. Weil da gab's ja noch einen Bereich, den hab ich noch gar nicht gesehen. Ha 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 ha, was du nahe. Da muss ich kurz wegrennen. I must flee. Ha ha ha. Ja, renn weg. Wo sind meine Funzen eigentlich? Ich hab kein Funzel mehr. Das war sehr schlau von mir. Ah, da, siehst du, hier geht's nämlich noch am Weg hoch. Tja, das hab ich noch gar nicht gesehen. Ja, ja, sind nicht mehr pumpern. Mir wurscht. Na auf. Ach. Na also. Geht. Leih. Wo bin ich denn hier gelandet? Geht's nicht auf? Geht's nicht auf? Ha! Hier geht's auf. Oh, da geht's auch rein. Wow! Da ist so ein Riesen... Warum ist da ein Loch da oben? Wow, ich kann's an der Wand platzieren. Ui, ich bin so schlau. Ich bin schlau. Ich kann's nicht mehr wegtun. Doch. Ah! I have society. Bläder. Ja, ihr wisst schon. Äh. Lol, was ist denn? Hello? Hello. Ja, hi. Wo ist der? Mach das nicht, wenn der so da ist. Hui, ich komm hier raus. Weg hier, mach ich nicht mehr sein. Ah! Ha, ich bin nicht. I'm safe. I'm safe. Oder auch nicht. Weg mit dir, 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 weg! Ich sag gar nicht, aber nein. Das ist für Quatsch. Ja, super. Was hat das mir jetzt gebracht? Gar nichts. Das ist ja blöd. Ja. Oder irgendwie? Toll. Was bringt mir das jetzt? Wui! Oh, oh, okay, okay, okay. Kann ich da hin? Nee. Toll, jetzt baum ich. Ich baum nicht einfach mal rum, weil ich wie so ein Vollidiot. Äh, bitte. Fall runter. Toll. Das hat mir ja viel gebracht. Bäh! Ich habe ja fast keine Items mehr. Leute, wieso ist das da oben? Sag mal, kann ja aufs Dach nauf! Hey! Wieso kannst du aufs Dach nauf? Du könntest machen, was ich will. Ja, der macht nichts. Nee, der steht da oben. Wieso blöd, Mann? Hi! Und die Schicht ist vorbei. Ja, die ist pretty much vorbei. Oh, wir haben sogar meinen Plus mal gehabt. Also, ich brauche nochmal das Seil. Hi! Warte, Seil. Nee. Kann ich schon wieder falsch? Das kastet zu viel, beziehungsweise ich habe nicht mal so viel Cash. Ach da. Ja. Ja, 165. Dankeschön. Ja, da haue ich wieder ab. Und hier ist ja nichts. Oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ja, hallo. Vailascha! Sehr schön. löscht geht nicht wie wir wie geht es mit benutzen soll er sei ja das schlank und die geht nicht ja ja bin aber das habe ich das habe ich und das bringt mir was kommt ja also mal kommt der sucht nicht rein aber muss alles mit strom verbinden und dann kann ich da irgendwas umlegen und dann kann die staat oder passen alle glücklich besonders der kollege ist am besonders glücklich hau bloß ab von mir oder brennt aber i have wüsste er hat feier gescht sollte ich auch gleich mal aber ich habe ja ich bin der überall dass wir uns mal kurz schnappen wenn er herkommt wenn er herkommt wenn es immer schnappen lassen will es dann mag da nicht jetzt wollte ich auf die zurendel aber nö lol jetzt jetzt kann man ja das sieht gut aus das ist sehr schön aus ja eigentlich so dass ich nicht freuen wenn man fällt oder so ein ende aber ich freue mich gerade immens hallo so ist er ja schnapp mich halt hallo hat's ab geht doch so jetzt ok 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 mich würde es interessieren wie das jetzt ausschaut wir haben ja mein dickerchen gerät und ja alles so alles halb so schlimm alles halb so schlimm das hat ja gar nichts geändert aber ich hab doch lol geht's da lang ach so ja blöd eingang ja ich würde mich da gerne hoch aber i have no idea wie ich das hinkrieg also in irgendein tipp hat mir bitte sehn just sehn wie man da hochkommt ja das weite ich genau bei warte auf bam das brauchen halt irgendwie nur oh ja kollege ich weiß nicht wo ich das hin tun soll ja hau ab so jetzt blickt es halt so rum doll ja und nü der macht näher in runde das hängt da so um also muss für überall was mit strom verbinden das habe ich so kapiert grad komm wieder wieder nach komm wieder nach komm wieder nach komm wieder nach du haust jetzt mal ab der bolche wird ganz schön aggressiv das heißt er selbst das heißt er selbst das heißt er hat mir mal geschnappt der kreis begeistert kann ich telefonieren großartig weiterkommen ich kann noch mal hochrennen das wäre wenn ich da hinkommen würde weißt du wer ich da mit der seilbahn fahren könnte ohne dass ich schnapp werde mag ich bald nimmer hin bank of raven brooks ein oder zahl mel brooks haust du mal ab kollege koramakti wie wieder gleich wieder hochkommen ja ich bin der bläden schlüssel ich weiß ich weiß auch kein bläden schlüssel ich hab keinen schlüssel ich weiß nicht was ich da machen soll ich weiß nicht was ich hier machen soll weiß nicht warum ich was machen soll wie ich was machen soll ich bin lost kornitz sei ich bin ich da gleich wieder hochkommen ich komm nimmer hoch ne ich weiß echt nimmer wie ich da hochkomme geht so geil bin ich da hochkommen was ist da war ich da schon äh hab ich mir das schon angeschauen wenn nicht dann schauen wir uns ne ok tolle wow da 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 ja klar wie kumi da hi ja ich hab auch diese kisten kaufen könnte ich viel einfacher darüber springen aber selbst wenn ich darüber komme ich weiß nicht was ich machen muss ja ich muss nämlich nur auf die hier springen und dann komme ich irgendwie rüber ja die zünden die ganzen guten an ja sehr schön versicherung freut sich da ich weiß nicht wie ich da hochkomme und der rennt schon wieder rum ja da bin ich nur wieder heisle 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 ah lol links von mir ist er vorbei ah warte warte ok warte 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 und du was muss jetzt hier genau tun ja was machst du jetzt jetzt kommst du nicht rüber jetzt kommst du nicht rüber was machst du jetzt also folgendes ja ich hab hier das hier ich kann das überall anstecken wenn ich will wow aber ich kann das nicht alles jetzt anstecken weil das kabel viel zu kurz ist ja toll ich bin lost ohne ende ich komme auch da nicht drauf ich komme auch jetzt mal raus ich kann die schrift beenden wenn ich will ich glaube das kannst du das war es aber auch schon wieder ihr seht fast um ach lol das ist so das ist so rocket science ist es hier wahrscheinlich viel simpler als ich mir das vorstelle alles pass auf wie kann ich die schrift oh ich kann die schrift gar nicht beenden lölöl also können wir im endeffekt nur warten bis die schrift vorbei ist ne also ich habe keine ahnung wie ich zu der seilbahn komme ich habe keine ahnung wie ich das hier machen muss dass irgendwas funktioniert also wenn ich jetzt kisten hätte er wird auch nichts bringen mach gleich und dann passt es schon wieder also ich habe keine ahnung was ich mache also wenn jemand tipps hat kann man ja gerne sagen dass ich denke wir werden vielleicht nur ein oder der eine oder zwei folge noch aufnehmen ich warte es nur bis ne zeit abgelaufen ist wow du kannst speichern wow ähm 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 spielstände warte mal lassen wir uns kurz den spielstand laden wir waren ja nicht weit wir waren nicht weit lassen wir uns mal einen spielstand laden da würde es mich nicht mehr interessieren da ist bestimmt etwas drin ne toll ja das waren meine automatische spielstände jetzt habe ich gedacht okay das ist vielleicht ein spezieller spielstand aber das waren ja ja nur die spielstände die ich hatte alles klar äh folgende jetzt lasse ich es jetzt hier erstmal wieder kurz sein mit hello guest alpha ich würde noch gerne irgendwie schauen dass ich zur seilbahn komme ich habe noch keine ahnung wie ich das hinkriege also ich denke mal ein oder zwei folgen kommen noch ich weiß noch nicht wann ich kann es jetzt gerade nicht sagen ich finde es bisher nett okay das mit den sprung einlagen ist es genauso nervig wie in hello neighbor oder in der demo zu hello guest aber schauen wir mal was es dem spiel noch wird und damit sind wir auch wieder am ende des videos angelangt bedanken euch natürlich für das zuschauen wenn euch das video gefallen hat würde ich mich über ein abo freuen und ich wünsche dir einen schönen tag macht's gut